Alter, Smash geht richtig ab. Ich will nicht spielen. Gell? Alter, ey, Deutschland muss gewinnen gegen Brasile, hallo! Nein! Okay. Okay, konzentrieren. Oder nicht in so ne Witz, sondern in so ne Sachen generell. Ja. Richtig dumm. Aber was du hoffentlich kapierst, ist, dass du jetzt sterben wirst. Du wirst jetzt schon verlieren. BANG! Yo, genau. Einfach gleich anbetreiben. Was ist die Scheiße weg? Du brauchst ja nicht mehr. Fällt nur noch aus, wie du mit dem Rocket Launcher kommst. Hm? Oh, jo, genau. Fällt nur noch, dass du mit dem Rocket Launcher kommst. Mock was? Und das ist so ne Diamantschitzhacke. Da kannst du einfach so übertrieben diese Sachen machen. Weil es springt dann dieses, was so alles weg springt. Alter, alter. Na? Hast du so ein bisschen Schaden bekommen? Nee, ne? Nö, was ist das? Bleib mal bitte hinten, komm, geh mal nach hinten. Ja, genau. Einfach so ein Gas. Oh, Schock. Gas-Attack hier. Jo. Nein, wieso? Trickst du einfach aus? Oh, ne? Oh. Oh, geil. Oh, ich kriegst du. Hinter dir. Jetzt hast du mich ausgetrickt vor Runden gemacht. Oh, nein. Jetzt hast du verloren. Ups. Hey, das war ironisch gemeint. Okay. Okay. Oh ja, geil. Ich hab schon Shatterpacker gefunden. Bäm. Hat dich das verwirrt? Ja. Ein bisschen. Ich möchte das nicht. Ja. Oh. Oh. Nein. Wieso kriegst du sowas immer? Was? Es hat gar keinen Sinn zu spielen, ja? Du hast wieder dieses Teil und dann nicht. Wir können ja noch ne Runde Survival-Syndicate-Games spielen. Können wir machen. Können wir machen, ja, ja. Können wir machen, ja, ja. So, ich nehme mir den jetzt. Oh, deine super feile Treffen, ja. Treffen gut. Na, geht so. Damit ist man eigentlich voll, äh... Da kann man überhaupt nicht zielen. Ja, ist wirklich schrecklich. Boah, geil. Oh, ich hätte es sogar getroffen. Krass. Das freust du mich, ja? Du bist ja, doch. Ich bin hier aber nicht fest. Los, Rocketbike, komm. Scheiße. Nice. Oh mein Gott. Oh nein. Ich konnte einfach nicht hochspringen. Ich auch nicht. Kann ich einfach... Alter, was war das? Kann man so aus dem F schlagen, kannst du nicht. Einfach... Das mach ich jetzt am besten eigentlich immer. Wenn du mich einmal... Wenn du mich einmal ankuckst... Muss ich mir so anfixen. So? Ja, ist das so. Ist das so. Was für Runden, ey. So. Aber ich spiele Bock voll. Ja. Bist du raus? Ne. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Soll ich mir nochmal die Regeln erklären? Brauchst du nicht. Okay. Ich weiß doch gut, wenn du die immer wiederholst, dann kannst du dir das endlich mal merken kannst, aber... Ne, ich wollte es nochmal für dich machen. Ich weiß es ja. Doch schon. Alter, wie viel Schaden du mir einfach jetzt schon wieder Blume gemacht hast. Genau. Über 100 Schaden. Komm, ich poke dich jetzt noch ein bisschen. Alter. Ja. Was, Poker? Guck mal, wie du da hast. Du hast einen Schadenweg. Boah, das ist nicht wahr. Alter. Dann krieg ich dich einfach nicht an. Hecker. Weil wir uns beide so verreden, ne? Und wir... ...Wir sind nicht an. Du kennst du das zu hier? Nein. Wo die beiden so Superkräfte haben? Halt. 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 hättest du meine Plank? Nein! Da wo die beide so zusammen waren, wo einfach der Assige ist, der mal Bier trinkt und so und sie hat sich diese Familie aufgebaut Oh nein, nein, jetzt schon wieder, nein! Nein! Oh man! Burn Burn, jetzt höre ich auch den ganzen Tag nur von dir Brenne, Markus! Brenne! Brenne! Brenne, Markus! Brenne, Markus! Sterbe, Markus! Oh nein, ich sterbe, Markus! Magst du das? Nein, naja, das lässt sich schön sein Ja! Nein, nein, nein! Ja, 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 ja! Nein! Vergiss mal! Oh, Junge, war das falsch Nein! Jetzt bleib sauber, tschüss! Das war heftig Alter Ich geh weiter mit Null Das war heftig Ich geh weiter mit Null und du? Ja? Du bleibst bei dem Du bleibst bei dem Ja, ich schau so ein bisschen hoch Alter, wo bist du? Alter, wo bist du? Alter, wo bist du? Oho, einfach mit nem bisschen Mesh Ich bin auch nach oben katapultiert Ist doch voll heftig Alter, tschüss! Ja! Ich denkste voll Nö- nöööööööööööööööööööööö Tschüss! Ja, schon Hm? Schon doch Boaig ich dachte, du sagst ich ja eine Überraschung Ich drehe mich richtig naiv sehr um alspte boahe! Hat er mir gedacht! ich will eigentlich nur einen alten hast du dich da drin? Alter du hast einfach 300 und auch noch Speed oh hab ich grad Glück wieso kann ich dich denn nicht du musstest doch dreimal aus der Matchung gefunden werden ja du aber auch gleich ja ok aber jetzt ne Runde du hast mich einfach angestürmst und ich dann so boah joh, aber eigentlich hätte ich jetzt schon richtig weit wegfliegen müssen ja eben eigentlich ah, das sind meine Hacks ne? ja, kein Knockback ganz gut aimbot alter ich hab einfach schon 350 ja eben boah das ist wieder Speed, ich brauch Speed ich bin schon abhängig davon geworden Speed und Weed ne? ohne Witz ist es einfach viel besser als Match zu spielen wenn man diesen Speed Effekt hat dann wird tausend mal angenehmer du wusstest überhaupt nicht dass das Spiel so viel Spaß macht gell? wirklich krass und nach der 20. Runde wirst du nicht verstanden wie es geht aber das ist doch eine Fortschritte alter joo nein 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 oh Gott jetzt fliegt er auch weg, komm Marie das Spiel getreift mir aus so wie es Deutschland spielen gegen Brasilien das kannst du vergessen beides glaub ich hehehehe wahrscheinlich kommst du auf das Meta schießen oder sowas NEIN ah ok toll jetzt hast du das jetzt hast du schon ja jetzt hast den ganzen Spielverlauf Deutschland gegen Brasilien geändert jetzt wird's kein 3 zu 0 werden stell dir vor jetzt wird's einfach so wie ich jetzt hier gewinne jetzt wird's einfach... genau oh nein da muss ich ja gewinnen da muss ich ja gewinnen wieso bist du denn Deutschland? hallo? ähm hä? so als Halbfanzöser? öpf mir doch egal das ist ja ein Halser, ja? eieiei hä? was war das denn? oh Gott ich bin einfach sofort weggeportet mit dem Teil wollte ich gar nicht wolltest du gar nicht, ne? na nö alter Smash geht richtig ab, ich liebe dich viel gell? ey Deutschland muss gewinnen gegen Brassilien hallo NEEIN ok der Spielstand ok konzentrieren konzentrieren ich würd's machen wenn ich jetzt gewinne und... nein das wäre eigentlich voll kacke wenn ich das nicht gewinnen hast du es angesprochen mit der Fanmeile? du hast es vergessen haha ja du bist ja jünger, du bist ja jünger, es ist ok oh nein komm warum hast du einfach so wieder so gute Waffen? oh 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 ich liebe dieses Lied ich finde einfach gar nichts mehr also wenn ich es verliere, ne? das Spiel ist, das Spiel ist dann schuld ok jetzt hab ich schon was mach ich gar nichts mehr da ist das Spiel ist dann schuldig burn burn! burn burn, genau! komm schon, komm komm jetzt du, 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 du ne ne heyyyy Hast du Angst? Hast du Angst vor dem Mädchen oder was? Nee Alter, du bist aber wirklich heftig weggeschleudert Du bist aber wirklich heftig weggeschleudert Im Gegensatz zu ich Also zu mir hatte ich vorhin alles Bei mir war es überhaupt nicht so gewesen Oh oh Wieso bin ich Brasilien? Wieso bin ich Brasilien? Du lebst jetzt den Brasilianischen Traum Du lebst jetzt Brasilien Du bist eine Brasilianerin Du musstest jetzt leben und fühlen Auf jeden Fall Wo ist Pokémon? Greif sie an Ich bin eine Waffe eingetauscht hat gegen Essen Obwohl man... Ich wäre fast reingelaufen Fast? Ich glaub dein Leben ist auch vorbei bei Markus Verdammt So eine Sekunde So eine Millisekunde später abgefeuert Dann wär's gut gewesen Ja Oh Oh ich frag mich welchen Pokobain Äh welchen von beiden die der Pokobain hat Oh schön Fleisch Mhm Brauch ich auch so Oh komm Dieser Creeper verfolgt mich die ganze Zeit so ein Elektro-Creeper Das brauch ich gar nicht Doch 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 Deutschland muss gewinnen Nein Also doch ja aber nein Ja nein Boah ich kümmer mich vom Creeper ne Alter Das hat dich so genervt Schock fürs Leben Hä? Was ist los Mannschaft? Nein Nein Spiel Nein Überleg dir gut was du machst Zehn Stunden später explodiert sie dann Hm Ja super ne Boah ja Speed Endlich Auf jeden Fall sehr geil Wie was hast du denn für ranzige Pokobain gegen Wie was hast du denn für ranzige Pokobain gegen... Boah ich muss noch grad richtig Wegeteuer haben Du wirst so voll mit der Wirbelsäule so an den Zaun geschmettert Und das war's einfach gut Das war's einfach gut Das war's einfach gut Alter Alter Habe mich an jemand Bist tot Ja Deutschland gewinnen gegen Brasilien Was kann ich denn machen? Ich glaub das war ja das... Das Bomben-Tor Das Bomben-Tor der Tore Weißt du so Genau So wenn euch die Folge gefallen hat Will ich mich über ne positive Bewertung freuen Äh Marie wusste jetzt nicht dass ich aufnehmen Und ihr könnt ja mal euren Tipp für das Spiel morgen abgeben Äh ja bis zum nächsten Mal Hast du noch irgendwas zu sagen? Dankeschön Hehehe Ciao Bis Züge Hey Tschüss Ta entendern drew Man Just Now Die